Die Miliz versucht über nicht autorisierte Remote Terminals unsere Spectre-Produktion zu stören. Verschaffen Sie Blisk Zugang, damit er Sie dort unten mit Spectres unterstützen kann. Sobald wir die Kontrolle haben, werden alle Spectres auf dem Fließband aktiviert und die Terroristen sind festgesetzt. Hier ist Maim 21. Erstes Spectre-Sport ist am Boden und hat Feindkontakt. Die reißen der Miliz den Arsch auf. Das ist ein Hardpoint-Einsatz. Wir müssen unsere Spectre-Verstärkung aktivieren. Aber die Terroristen haben unseren Hauptrechner gehackt. Sichern Sie die Terminals. Wir haben Alpha. Wir haben Hardpoint-Alpha übernommen. Notichzone-Alpha übernommen. Sie nähern sich Alpha. Feindkontakt. Commander Blisk, wir empfangen ein Signal auf einer privaten Frequenz. Das für mich, Admiral? Diese Frequenz kennen nur IMC-Offiziere. Wir haben Alpha verloren. Ich hab nichts. Zu Alpha vorrück. In diesen Vitrinen sehen Sie die Evolution. Sie lohnen sich nähern sich Bravo. Feindkontakt möglich. Bis zum heutigen Stand der Heftigen. Erlösung auf die Kiste. Wir sind sicher, Bravo! Wir haben Charlie. Wir haben Bravo. Unbefugter Zugriff. Not. Wir teilen es in 30 Sekunden Einsatzbereich. Kontrolle überlagernde Synthetikeinheiten gefährden. Wir sind an Alpha. Produktion wird gestoppt. Blisk, hier ist Graves. Können Sie mich hören? Was wollen Sie? Ich will den Krieg beenden. Echt? Dann kämpfen Sie härter. Vielleicht klappt's dann. Wenn Sie alle Gegner töten, wird der Krieg schnell vorbei sein. Wir haben Alpha verloren. Ich hab nichts. Zu Alpha vorrück. Ich will den Krieg beenden. Ich hab nichts. Zu Alpha vorrück. Ich will den Krieg beenden. Ich will den Krieg beenden. Wir sind sicher, Bravo. Okay, ich hab Zugriff. Neutralisiere feindliche Spektres in der Umgebung. Dieser Hardpoint gehört uns, aber der Feind rückt bereits vor. Beschützen Sie das Terminal. Feinde Mordlein. Mordlein, Mordlein. Wir haben Alpha verloren. Ich hab nichts. Zu Alpha vorrück. Piloten, die Milit bauten ihren Vorsprung aus. Wir müssen das Blatt auf der Stelle wenden. Befehl autorisiert. Bereit gerade Bravo verloren. Vorrück die Besantwicht auf den Rausen. Wir sichern Alpha. Herr Bravo. Ich bin drin. Deaktiviere feindliche Spektres in der Nähe des Terminals. Aktiviere Wachfurt. Wir haben Hardpoint Alpha übernommen. Hardpoint Charlie unter Beschuss. Sie wünschen dahin. Hardpoint Charlie ist offline. Alle Einheiten. Charlie sofort zurückerobern. Okay. Ich hab Zugriff. Neutralisiere feindliche Spektres in der Umgebung. Arschung. Ihr Ersatzzeiten ist in 15 Sekunden Einsatzbereich. Wir verlieren Charlie. Ersatzzeiten ist online. War es da runter? Charlie verloren. Wir sichern Bravo. Piloten, die Milit baut ihren Vorsprung aus. Wir müssen das Blatt auf der Stelle wenden. Hardpoint neutralisiert. Deaktiviere feindliche Spektres in der Nähe des Terminals. Warnung. Regeneration erforderlich. Wir haben Hardpoint Bravo besetzt. Verbündet das Kurs. Wir müssen das Kurs. Feindliche Teilen zerstören. Das ist der Schmerzabteil. Ich bin drin. Deaktiviere feindliche Spektres in der Nähe des Terminals. Wir haben Bravo verloren. Wir kontrollieren jetzt Hardpoint Charlie. Wir kontrollieren jetzt Hardpoint Charlie. Wir steigern uns, aber diese Miliz-Terroristen sind immer noch in Führung. Machen Sie was, Piloten! Schwerer Sicherheitsverstand. Schwerer Sicherheitsverstand. Unbekannte Benutzagte. Fliss, sie kämpfen mit Maschinen, die an gar nichts glauben. Sie sind sich loyal. Nur gegenüber ihrem Operator. Was wissen Sie denn von Loyalität? Sie wechseln Ihre Uniform wie andere Leute Ihre Socken. Am Ende haben gesichtslose Maschinen und Leute wie Sie, die nur für Geld kämpfen, keine Chance. Sie bekämpfe ich gratis, Graves. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Die Fußgelonen, sie nähern sich Bravo. Feindkontakt möglich. Greife jetzt auf Spectre Hauptrechner zu. Bereithalten. Ach so. Keine Verbindung mehr. Charlie geht mein Zielgebiet aus. Sie stören das Signal. Hardpoint, neutralisier sie. Aktiviere feindliche Spektres in der Nähe des Terminals. Hardpoint Charlie unter Beschuss. Sie müssen da hin. Wunderbar. Ich habe Zugriff auf diesen Sektor. Aktiviere jetzt Spectre Kampfeinheiten in der Gegend. Hardpoint Charlie ist drauf sein. Alle Einheiten. Charlie sofort zurückerobern. Wir steigern uns aber diese Milizterroristen. Wir sind immer noch in Führung. Machen Sie was für uns. Hardpoint, die Elektronenzeit müssen Sie halten. Hardpoint, die Veranstaltungen. Hardpoint. around activieren. Hardpoint. 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 Hardpoint piecesight. Hardpoint, aber der Feind rücken bereif quart. Schützen Sie das Terminal. Overload. Very good. The westacje as far as it can be circcis. Bravo wird an, ich bin drin. Deaktiviere feindliche Spectres in der Nähe des Terminals. Wir haben Bravo verloren. Vorrück, schalten Sie mich auf ihn drauf. Vorwärts, Team. Terroristen sind leicht im Vorteil. Okay, ich habe Zugriff. Neutralisiere feindliche Spectres in der Umgebung. Wir sind sicher, Bravo. Ihr Ersatzteugner ist startklar. Warte auf Ihr Signal. Wir verlieren Charlie. Wir sichern Charlie. Ja, Bravo. Wir sichern Alpha. Mark von Bravo unter Beschuss. Beseidigen Sie, wenn wir ihn bitten. Hotpoint neutralisiert. Deaktiviere feindliche Spectres in der Nähe des Terminals. Ersatzteisen online. Wir haben Alpha. Ersatzteisen. Der